Mit dem elf Jahre alten Matthew und der 15-jährigen Joy sieht sich Misty den geplanten Gemüsegarten an. Was sehe ich hier? Gibt's da überhaupt was? Nichts, das wir anbauen. Ihr habt ja ziemlich heftige Überschwemmungen. Für alles, was ihr im Garten macht, wird das ein Problem. Das schwimmt die Nährstoffe weg. Und die Wildschweine klauen auch was. Ja, das mit den Wildschweinen klingt gruselig. Ist es? Überschwemmungen und Wildschweine. Zwei Sachen, die es einem nicht gerade leicht machen, was anzubauen. Wir haben ziemlich viele Pläne und Projekte aufschieben müssen, weil Mom so krank war. Niemand will, dass es seiner Mom schlecht geht. Als Nahrung und um die Behandlung von Faith zu bezahlen, müssen sie was anbauen, das Geld bringt. Faith zeigt Matt inzwischen einen Wildwechsel am Rand des Grundstücks. Sie glaubt, dass die Wildschweine von dort auf ihre vier Hektar kommen. Ich will denen nicht zu nahe kommen, weil sie einen angreifen. Und wir können kaum was pflanzen, weil der Boden so voller Löcher ist. Ich gehe nur ein paar Meter über das Grundstück und sehe überall Wildschweinkot und die Krater, die sie beim Wurzeln suchen, graben. Die kommen sicher durch die Öffnung da drüben. Faith, gehst du mit mir da hin? Okay. Komm, zeig mir das. Du bist ja nicht allein. Warst du hier schon mal? Nein. Sieh mal, wie ausgetreten das ist. Das nenne ich Wildwechsel. Echt? Sieh ich zum ersten Mal. Willst du lieber umdrehen? Ja. Nach dir. Wenn Faith ihre Angst vor den Wildschweinen nicht los wird, kann sie auf dem Hof nichts machen. Die Rainys haben nur sieben Tage, um den Randalls zu helfen. Dann müssen sie zum nächsten Hof in Not. Das wird ein Riesenprojekt. Es gibt Überschwemmungen und Hurricanes. Wir sollten das viele Wasser nutzen und Reis anbauen, um Geld einzunehmen. Klingt gut. Faith hat Panik vor den Wildschweinen. Dagegen tun wir was. Ich glaube, am besten wäre es, auf Konfrontationskurs zu gehen und die Wildschweine zu jagen. Am Waldrand stellt sich Faith heute zum ersten Mal den Wildschweinen, die ihr solche Angst machen. Schwein Zilla. Willst du sehen? Okay, it's not moving. Ist nicht echt. It's good. Sie hat noch nie geschossen. Deshalb will ich, dass sie erst lernt, wie man den Abzug betätigt. Gesichert. Bitte. Das wäre wichtig für den Hof. Ich glaube, du solltest erst mal etwas üben. Okay. Du hebst es an. Okay, cool. Take the gun off. Dann entsicherst du. Gut, entsichert. Jetzt ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Weiter atmen und den Finger langsam nach hinten ziehen. Du zuckst ja. Beruhig dich. Durch das Üben ohne Munition gewöhnt sie sich an die Waffe. Sie hat den Test bestanden. Als nächstes suchen wir uns ein paar echte Wildschweine und sehen, ob sie den Abzug auch dann betätigt. Auf zur Jagd. Okay, I'm with that. Das wird mein erstes Mal. Matt bringt mich bei der Jagd bestimmt an meine Grenzen. Was machst du mit denen? Du isst sie. Sorry. Ich hab Schiss. Hier in der Wildnis ist außer uns kein Mensch. Ich verstehe Faith ja. Aber sie kommt nie voran, wenn sie sich auf ihrem eigenen Hof wie eine Gefangene fühlt. Wenn die Sonne weg ist, wird es viel kühler. Dann kommen sie raus. Jetzt bei Sonnenuntergang haben wir die reale Situation. Da muss sie abdrücken können. Sieh dir die Spuren an. Die sind überall. Hier. Noch feucht. Das ist eine meiner größten Ängste auf dem Hof. Ich fürchte immer, dass plötzlich ein Wildschwein vor mir steht. Jeden Moment kann eines auftauchen. Wie reagiere ich dann? Schieße ich oder renne ich weg? Ich muss mich konzentrieren. Sieh mal, das Wildschwein war voller Schlamm und hat sich hier gescheuert. Die reiben sich an allem, weil da ständig was juckt. Durch den Schlamm wird ihre Haut trocken und dann Ungeziefer, Fliegen und Stechmücken. Also kratzen sie sich dauernd. Da drüben an dem Baum ist auch was. Und an dem Baum. Ich seh's. Ne andere Farbe. Die sind überall. Wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Sieh dir doch nur mal an, wie viele Spuren da sind. Alles voll. Total irre. Halt mal. Ganz ehrlich, ich muss mich gleich auch mal kratzen. Schon mal probiert? Nicht an einem Baum. Das ist gut. Na gut, weiter. Besser? Ja. Die Blätter da haben sich bewegt. Sieh durch. Ja, da ist eins. Der schwarze Fleck ist ein Wildschwein. Langsam. Siehst du's? Ja? Ja. Das ist nicht weit weg. Versuch mal nen Schuss. Ein- und ausatmen und ganz langsam den Finger krümmen. Atmen. Okay. Got it. Okay. Es kommt direkt auf uns zu. Langsam abdrücken. All that trigger slow. Und? Heftig. Ja. Echt krass. Das ist krass. Es ist weg. Bei dir alles gut? Ja. Ich hab's gemacht. Ich hab das durchgezogen. Jetzt bin ich echt stolz auf mich. Willst du was sagen? Ich behalte die Klamotten. So sehe ich offiziell aus. Klar. Du gehst noch mal jagen? Das auch. Komm. Ich atme immer noch. Ja. Ich hab's gemacht.